Alles ist da, alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal, denn Einstein hatte nur ne Bier in Mathe und war später mal total genial. Wir regeln die Karte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten. Alles willst nicht raten wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss bemerken. Der Karte ist jammert, schluss! Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus, weil wir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Alles ist da, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal, denn Einstein hatte nur ne Bier in Mathe und war später mal total genial. Vivian hatte in ihrem Schülerzeitungsartikel kein gutes Haar an Nino gelassen. Doch der zeigte sich souverän und lud sie ein in der Zeitung mitzuarbeiten. Das können wir gut gebrauchen. Bist du dabei? Ja. Hat er etwa Gefühle für seine Stiefschwester? Auf mehrere Tausend Euro hätte sich der Schaden summiert, den Justus angerichtet hat. Doch dank Bodos Idee und der Sicherstellung des Siebesgutes hatte der Einbruch schließlich noch ein Happy End. Das ist nicht fair, Emma. Justus hat mitgeholfen. Du hast den Artikel als Schwester verfasst, nicht als Journalistin. Das ist viel zu persönlich. Okay, okay. Justus hat Scheiße gebaut. Aber er hat's auch wieder in Ordnung gebracht. Ja, du hast recht. Aber ich bin stinksauer, dass er auf diesen Pelle reingefallen ist. Das musst du mit ihm alleine ausmachen. Okay, okay. Morgen gibt's die Überarbeitung. Vivian, willst du was über den Tanzkurs bei Frau Burkert schreiben? Wieso macht denn eigentlich Frau Burkert und nicht Frau Miesbach? Soviel ich weiß, war die Burkert eine Weile in Kuba. Aber der kubanische Cha-Cha-Cha ist doch total anders als der moderne Turnier-Cha-Cha. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also, schreibst du jetzt was? Hm. Nicht spannend. Ich dachte an, Sex brachte den Erfolg beim Sport. Etwas über Kim und Philipp. Hallo. Wir sind doch hier nicht bei der Yellow, sondern bei Einstein Express. Seid ihr öde? Dann hab ich eben nichts. Das geht nicht. Deine Kolumne ist super. Keine Ausgabe geht ohne dich. Vielleicht finden sich ja auch ein paar neue Paare. Glaube ich nicht. Also, wenn unsere Superkolumnistin keinen Bock mehr hat, dann sind wir hier jetzt fertig, oder? Ja. Okay. Tschüss, alle Mann. Tschüss. Du, Vivian, wenn du schon nicht über den Tanzkurs schreibst, hast du vielleicht Lust mit mir zu tanzen? Ich. Hopsen. Nee, lass mal. Nichts für mich. Schade. Dann würdest du nämlich Marco wiedersehen. Wieso? Er hat das alles organisiert mit der Tanzschule. Dass wir da rein dürfen und an dem Ball teilnehmen. Okay, überredet. Du tanzt mit mir? Ich schreib über den Tanzkurs. Wie wär's mit mir? Was ich vorgestern gesagt hab und dass ich sofort abgehauen bin, war ziemlich daneben. Es tut mir leid. Aber ich hab deine Krankheit immer hier drin. Ich kann das nicht. Ich werde es niemandem erzählen. Ich kapier das nicht. Warum hat der Krümel eine Schnecke am Start? Ja, und wir nicht. Ich versteh's auch nicht. Sag mal, hat sich Mia mal wieder gemeldet? Ich wissen, ob ihr Neuer besser küsst. Kein Bock darauf. Bleibt's dabei? Gerne, klar. Wobei? Na, machen wir den Test mit mir bei der Burkhardt? Ja. So, so. Los geht's. Musik. Chat, 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 Chat. Sat, Chat, Chat. Zu, drei. Chat, 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 Chat. Rundschritt. Chat, 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 Chat. Rundschritt. jet. Was für ein Traumpar. Augenkontakt. Chat, Chat, Chat. Schön, Wagner. Ganz toll. Rundschritt. Chat, 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 Chat. Wo eest ihr zwei? Ne? Vielen Dank. Ihr beiden kommt doch nicht klar. Woran liegt's? Ja, entscheidet euch. Darf ich bitten? Sehr gerne. Schuhe draus. Okay. Oh, Entschuldigung, war nicht böse gemeint. Solange ich dir eine Münze ausgraben muss, ist alles okay. Hatste für jemand Bestimmtes? Nö, wieso? Damm-Solo. Hey Marco, lange nicht gesehen. Der Kleine hat es echt drauf. Das Mädel, das ist ja wie eine Feder. Bei ihr schon überraschend. Aber Nino, spitze. Warum hast du nicht mit? Hey, super ihr beiden. Tanzt ihr öfter zusammen? Nö, das erste Mal. Das ist Magda. Magda, das ist mein großer Bruder Marco. Hallo. Cool, dass wir den Tanzbus hier machen können. Und auch am Ball teilnehmen dürfen. Wollt ihr nicht den Ball eröffnen? Ich meine, ihr habt noch eine Woche zum Üben. Wir? Ja klar, gerne. Äh, machen das nicht eigentlich immer du und Luise? Ist nicht mehr. Was ist nicht mehr? Etwa die vom Freibad damals? Ja, mit Luise ist es aus. Kann ich was für dich tun? Wir sind doch Geschwister. Also ich quasi nebenbei. Aber du und Nino? Okay. Lass uns weiter machen. Stellt euch auf. Jungs da, Mädchen hinter mir. Es geht für die Mädchen nach links los. Spot turn cha cha cha. Zwei, drei. Spot turn cha cha cha. Spot turn cha cha. Spot turn cha cha cha. Hey, nur was trinken. Ohne Hintergedanken. Das ist klar, aber ich habe keine Zeit. Was ist denn bitte wichtiger als ich? Wäsche waschen, Hausaufgaben, shoppen gehen. Ich habe da jemanden kennengelernt. Cool. Und den sehe ich jetzt gleich. Oh. Naja, den musst du mir mal vorstellen. Ich will natürlich auch sehen, ob der so 1A ist wie ich. Ja, cha cha cha. Ja, cha cha cha. Ja, komm, schließ. Und so ist der beste Lügner der, der mit den wenigsten Lügen am längsten auskommt. Tja, das ist genial. Ich hatte nur zu wenig Kreide am Kniff. Alles easy. Leider 12 zu 1 zu lang. Darf ich kürzen? Du immer. Hast du nicht ein bisschen Schiss? Ich meine, so einen Ball zu eröffnen. Tja, ich finde es geil. Zwei Dinge kann ich wirklich gut. Einkürzen und tanzen. Und wenn ich stolper? Dann fällst du hin. Du würdest lieber mit Vivien tanzen. Ach, Quatsch. Du findest Vivien ziemlich krass, oder? Eigentlich müsstet ihr euch doch jetzt andauernd sehen. Wo dein Pater und Viviens Mutter zusammen ist. Viviens Mutterbund in Halle. Sie ist häufiger in Paris oder in Singapur als hier in Erfurt. Vivien sieht sie ja selbst kaum. Das wird ja auch gar nicht gehen. Ich meine, wir zwei zusammen? Ihr seid ihr Geschwister. Hey, du weißt genauer, dass wir nicht punktverwandt sind? Ja. 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 Ja.